Hallo, ich bin Patrick. Ich darf heute unseren Industrieroboter Horst vorstellen in Kombination mit dem manuellen Greiferwechselsystem der Firma Grip, anhand welcher wir die verschiedenen Möglichkeiten und die Flexibilität unseres Industrieroboters zeigen möchten. Der Industrieroboter Horst besitzt sechs Achsen und ein innovatives Antriebskonzept, hier mit vier Gelenkkette als besondere Kinematik, was uns ein optimales Verhältnis zwischen Reichweite und Traglast bringt, bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit und Dynamik. Eine weitere Besonderheit ist die einfache Bedienung des Roboters mit der Software Horst FX. Die Programme können über ein Bedienpanel mit Touchscreen-Display grafisch erstellt werden. Der Vorteil ist, dass die grafische, intuitive Benutzeroberfläche keine Programmierkenntnisse erfordert. Alle Bewegungen des Roboters werden als 3D-Modell live auf dem Display als digitaler Zwilling dargestellt. Dadurch lassen sich Programme sehr einfach und vor allem auch sehr schnell erstellen. Mit dem Greiferwechselsystem der Firma GRIP kann man Greifer werkzeuglos schnell und einfach trennen und verbinden. Es ist ein unkompliziertes System mit tausend Möglichkeiten, das für viele Anwendungsgebiete geeignet ist. Hier sieht man, wie einfach sich der Greifer mit Hilfe des Greiferwechselsystems der Firma GRIP wechseln lässt. Durch die Drehung des Haltbolzens um 180 Grad wird das Unterteil an das Oberteil herangezogen, damit zentriert und formschlüssig verspannt. Ein zusätzlicher Arretierstift sichert den Handhebel gegen selbstständiges Lösen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Durch die Kombination von HORST mit dem manuellen Greiferwechselsystem lassen sich Greifersysteme unterschiedlicher Hersteller integrieren, wobei sowohl pneumatische als auch elektrische Greifer angeschlossen werden können. Dadurch wird das Robotsystem flexibel und wir können ein sehr breites Aufgabenspektrum automatisieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017